Musik Jo Leute, der Capture Manfleek ist wieder back am Start und wir spielen heute eine Runde 2 vs 2 Bad Wars und zwar mit unseren eigenen Kranleuten ich und Lu gegen Nick und Kalle wir haben jetzt mal ganz demokratisch in Skype mit Stein, Schere, Papier gespielt du sag mal hallo Jo Leute, was geht die beiden hört er jetzt nicht, wir haben nämlich die Konfis aus ja, ja ist die richtige Richtung dann baut ich zu Silber die Konfis aufgeteilt damit wir vernünftig gegeneinander spielen können ich bin mal gespannt was da jetzt rauskommt achso und ohne Bogen spielen wir immer, wenn wir gegeneinander spielen weil da wird wieder Noah abgefuckt ich habe zwar eigentlich unseren besten Bogenschützen glaube ich bei mir mit im Team ja ich bin zwar auf Range mega gut, aber äh nicht schlecht das ist richtig der Browser Spawn ist relativ aktiv am Spritzen, das gefällt mir ich habe 10 Silber Dagger das ist sehr gut, ich habe 2 Stacked Blöcke äh, die sind gleich in der Mitte ich komme, warte in der Mitte Crops an Kalle hat er wahrscheinlich mehr Blöcke von Anfang an gehabt das ist jetzt mal Block aus Postelhöhe, ja, ja ja wir werden das jetzt so als kleine Serie machen so wie auch die 1 vs. 1 äh, weil wir halt einfach Bock drauf haben nix liegt unten, Digga er sneekt immer noch hab ihn runtergeboxt, er ist unten Nick ist unten in Kalle hat mich, alter Kalle hat mich grad mega weit weg geboxt wie TF äh, ja, ja, bin auch tot äh, ja, ja, bin auch tot gut, dann, äh, mach ich jetzt hier den Harakiri Typen und du machst, äh ok äh, ich equip mich nochmal ein bisschen na ich bin seitlich runtergelaufen er ist gleich schon in der Mitte aber nackt ich renn direkt wieder rein damit die kein Gold haben scheiße das war voll dumm von mir, Digga ich renn rein, ich renn rein, ich renn rein ich renn rein, ich renn rein ich seh noch gar keinen aber ich glaub Gold hat er sich gesnackt und ist abgehauen Kalle hat sowieso Gold, soviel steht fest ich hab zwei Gold also Kalle hat sich noch gequript, soviel steht fest kannst du da, ich hab vier Gold eins noch, dann könnte ich Dings machen Kalle wird vielleicht wieder von hinten kommen kannst du das so bauen, dass ich wieder zurücklaufen kann weil ich hab nämlich nichts zum zurücklaufen also kein, weißt du ich probier's ich hab gleich fünf Gold, dann renn ich zurück bei Eisenschwert will ich haben die bauen das Bett ein ja wunderbar, das reicht schon das reicht schon, dann komm ich wenigstens wieder zurück die bauen das Bett ein Kalle checkt erstmal wo das Bett ist das ist glaub ich im Maul von den Minion ich hab jetzt sechs Gold ich renn jetzt zurück oh hier oben drauf spawnt auch Gold warte, warte, warte oh mein Gott, ich hab sieben Gold für dich ich schmeiß es da runter leg da nice Digga wir haben 13 Gold jetzt soll ich rein rennen Digga? ich renne da jetzt rein ich hoffe sie merken es nicht mach das, mach das ruhig ich werd versuchen die Butter zu boxen ist dumm zack, zack, zack essen hab ich machst du das jetzt alleine oder was? so nein er hat mich so nein er hat mich alter Fall mit der Hand Digga ich hab ihm null Knockback mit dem Schlag gegeben er gibt mir mit der Hand 5 Block cool dead logic ich hol mir erstmal Eisen also die können jetzt in der Mitte Digga komm her, komm her ja ich hol mir jetzt 11 Eisen die gehen jetzt in der Mitte du solltest da am besten direkt reingehen da geh ich jetzt auch warte ich brauch bloß noch Blöcke das ist in der Mitte er holt sich Gold egal, 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 egal ich hab Gold Schwert und Stärke Trank nice Digga schön dass du überhaupt nicht egoistisch bist ich hab ein Gold dahin geworfen und das Rest Eisen wow, wow ich hab da gesagt ich mach direkt Gold äh, Bums scheiß ist da immer noch einer in der Mitte? kannst du mal gucken ich glaub der sneakt einer wenn ja dann renne ich jetzt trotzdem einfach rein ich seh gerade keinen wo ich mich umgedreht habe aber immer noch kein Optifine weil ich dumm bin ich geh jetzt auch wieder in der Mitte ich hab Nick Nick hab ich Nick hab ich ich hab sie die haben dich zum Porter gebaut Digga soll ich in der Base bleiben? ich komme ich brauche auch nen Stick zum runterboxen so wo ist das Bett? da oben ja ja wo ist das Bett? da oben ja Paul, jetzt gönn dir ich schlag dir hier gerade die ganze Zeit oh hab's renn Nick hinterher Nick rennt in der Mitte Kalle ist eh schon down den hab ich schon gefickt das dürfte eigentlich sein unser Win sein Nick leckt ein bisschen aber der rennt gar nicht mal schlecht aber er leckt auch so ein ganz kleines bisschen na gut das wird eh schon unser Win sein von dem her ja oh mein Gott ja ich hab ihn zweimal getroffen bevor ich runtergefallen bin Digga huuuh hol sie mal in das Confi rein jo junger 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 genetisches GG hat er wieder geschrieben hab sie beide angerufen nice hey yo hey yo hey yo time medic auf jeden Fall fix war eine schöne Runde war gut gespielt ah wer spielt jetzt mit wem? achso sagt noch einmal tschüss sagt noch einmal tschüss 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 aha